Musik Wir kennen sie doch alle, Bibi Blocksberg, TKKG, die drei Fragezeichen oder die Oldschies. Damit sind nicht nur wir aufgewachsen, auch unsere Schülerinnen und Schüler kennen diese beliebten Hörspiele. Und gerade die Kleinen können sich sicherlich noch gut daran erinnern, wie es ist, spannende Geschichten von den Eltern oder Geschwistern vorgelesen zu bekommen. Ältere Schülerinnen und Schüler hören dafür eher Podcasts wie Gemischtes Hack, Mordlost oder Verbrechen. True Crime Stories sind dabei besonders beliebt. Wenn so viel aktuell gehört wird, warum dann dieses Potenzial nicht auch im Deutschunterricht nutzen und den Textbegriff mal etwas erweiteter betrachten? Liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen zu den Unterrichtsideen für das Fach Deutsch ab Klasse 5. Mein Name ist Laura Thurn. Ich bin Lehrerin für die Fächer Deutsch, Deutsch als Zweitsprache und Erdkunde am Max-Planck-Gymnasium in Trier und Westermann-Autorin. Im Zentrum der aktuellen Podcast-Folge werden Podcasts, Hörbücher und Hörspiele stehen und wie man diese im Unterricht einsetzen kann. Wie immer liegt diesem Podcast auch ein Link bei. Gehen Sie einfach auf podcasts.schule, wie immer wichtig das Plural ist. Dort finden Sie weitere Ideen, Arbeitsblätter und Literaturangaben, auf die ich hier auch manchmal verweisen werde. Die Podcast-Reihe Westermann Freistunde Unterrichtsideen für das Fach Deutsch ab Klasse 5 ist als Blick in die Praxis gedacht. Ich gliedere den Podcast immer gern in einen fachlichen Teil. Heute wird der Fokus auf den Unterschieden der drei Hörformate sowie dem Hörverstehen im muttersprachlichen Unterricht liegen und einen Praxisteil, also wie das Ganze dann im Unterricht umgesetzt wird. Ich erhebe dabei gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Hier wird keine perfekte Reihenplanung vorgestellt. Es sind einfach nur Unterrichtsideen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn gerne oder folgen oder und folgen Sie mir auch gerne auf Instagram, Frau Thorn. Dort werden immer neue Folgen angekündigt und Sie können auch Kontakt zu mir aufbauen. Wenn man diese Begriffe hört, Podcast, Hörbuch, Hörspiel, da fragt man sich ja gleich, was ist überhaupt der genaue Unterschied. Im Weiteren habe ich mir auch so vorgestellt, ja, welche Podcast kann man überhaupt hören oder auch welche Hörbücher, Hörspiele eignen sich überhaupt für den Unterricht? Und im zweiten bzw. dritten Schritt jetzt schon, darf ich Audioaufnahmen überhaupt im Unterricht nutzen? Und wenn ja, müssen die Schüler das dann kaufen oder kann ich das einfach abspielen? Also so ein bisschen so die rechtliche Seite. Und an den Fragen versuche ich so diesen Podcast-Beitrag heute so entlang zu hangeln, damit man da auch so ein bisschen Input bekommt mal zu diesen Begriffen. Podcast, das ist in der Regel eine Serie von abonnierbaren Mediendateien, wie beispielsweise auch dieser Podcast. Jeden Monat kommt eine neue Folge heraus und es gibt aber auch andere Möglichkeiten, alle zwei Wochen, alle zwei Monate nur. Und das können eigens produzierte, also als Podcast produzierte Audioausschnitte sein. Es kann aber auch ein Mitschnitt von einer Radiosendung sein, es können Interviews sein oder teilweise auch mit Bildern unterlagerte Audioaufnahmen. Es ist nicht nur die reine Audioaufnahme beim Podcast. Hörbücher, das sind in der Regel Bücher, die vorgelesen werden von professionellen Sprechern oder auch von dem Autor selbst oder der Autorin, das kann auch sein. Und die kann man dann entweder als Tonträger kaufen oder als Mediendatei oder im Streaming auch sich anhören. Und das kann sein, dass es extra dafür aufgenommen wurde oder eine Lesung mitgeschnitten wurde. Und dementsprechend kann man dann das Hörbuch als eigenständige Veröffentlichung neben diesem eigentlichen Werk des Buches, des gedruckten Buches dann sehen. Manchmal, da muss man ein bisschen aufpassen, werden bei Hörbüchern aber Kürzungen vorgenommen. Also wenn man das im Unterricht einsetzen möchte, muss man da aufpassen, dass man immer die vollständige Lesung kauft. Denn man möchte nicht nur irgendwas Gekürztes hören, da fehlt dann vielleicht einiges. Darauf sollte man also achten. Hörspiele können auch eine Buchvorlage haben, müssen aber nicht. Denn sie sind in der Regel akustisch dramatisierte Inszenierungen. Und da werden Geschichten erzählt, es gibt Sprecherrollen, es gibt Hintergrundgeräusche, es gibt Musik, durch die das Ganze dann spannend wirkt und aufregend. Und wie gesagt, es kann auf einem Buchtext basieren, muss aber nicht unbedingt. Und das sind erstmal so die grundlegenden Unterschiede zwischen diesen drei Kategorien. Beispiel wäre zum Beispiel Krabat. Alle kennen das Werk Ottfried Preußler, Krabat. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, einen Podcast zu hören. Zum Geburtstag von Ottfried Preußler wurde da in der ARD Audiothek etwas hochgeladen. Da wird dann nochmal der Autor als Kinderbuchautor vorgestellt. Und dann kann man so etwas ergänzend zum Werk Krabat zum Beispiel im Unterricht integrieren, indem man das als Hausaufgabe aufgibt und dann wird im Unterricht darüber gesprochen. Im Vergleich dazu könnte man natürlich auch einen Sachtext da zurate ziehen, aber hier wäre es dann die Möglichkeit mit dem Podcast. Das Hörbuch wäre dann der Originaltext von Krabat, ungekürzt im besten Fall. Und da gibt es eine ganz tolle Ausgabe von Ottfried Preußler selbst gelesen. Die ist wirklich sehr empfehlenswert, sehr spannend gelesen. Und das wäre dann eine Möglichkeit, das im Unterricht zu integrieren. Das Hörspiel von Krabat basiert auf dem Film. Vielleicht kennen Sie den auch. Und da ist es dann so, dass die Filmschauspieler auch die Sprecherrollen übernehmen. Und es gibt dramatische Geräusche und Musik, die das Ganze hinterlegen. Und dann fühlt man sich, als ob man in dieser Welt sozusagen drin wäre. Da kann man das mal so an einem Beispiel sehen, was der Unterschied zwischen diesen drei Kategorien ist. Wo bekommt man diese Formate her? Wie eben schon gesagt, häufig mittlerweile auf Streamingportalen wie ARD, Audiothek. Da ist es in der Regel kostenlos. Aber auch kostenpflichtige Anbieter wie Fio, Audible, Nextory, BookBeat, Spotify, Soundcloud ist kostenlos. Und da muss man sich einfach ein bisschen durchwühlen und gucken, was es da alles gibt. Aber ich habe schon mal so eine kleine Auswahl für Sie gleich zusammengestellt. Ja, was ist erlaubt und was darf ich nicht im Unterricht machen? Das orientiert sich so ein bisschen auch an Filmaufnahmen, die man im Unterricht zeigen kann. Also alles das, was ich jetzt sage, gilt einerseits für Höraufnahmen, aber auch für Filmaufgaben. Ich referiere da auf filmeimunterricht.de. Den Link habe ich auch unter den allgemeinen Links da vernetzt. Und da können Sie sich mal gerne auch weiter dann informieren. Grundsätzlich dürfen Sie Audioaufnahmen im Unterricht zeigen, beziehungsweise vorspielen, die vom Medienzentrum direkt kommen. Sie kennen das, Sie können das dort ausleihen, ausleihen, entweder als CD oder mittlerweile gibt es auch viele Medienzentren, die so ein Streamingportal sozusagen betreiben. Und dann können Sie das uneingeschränkt im Unterricht die ganze Länge auf jeden Fall anhören. Wenn das als Schulsendung gemäß § 47 Urheberrecht ausgewiesen ist, Sie kennen das vielleicht vom ARD und den dritten Programmen, da gibt es sowas als Fernsehsendung, sowas gibt es aber auch als Hörfassung. Und da muss man sich einfach genau angucken und informieren, ist das zum Beispiel jetzt hier eine Schulerfassung dieser Höraufnahme, dann darf ich das auch uneingeschränkt nutzen. Wenn es als freier Inhalt gekennzeichnet ist, sogenannte CC-Lizenzen, also Creative Commons, dann können Sie die uneingeschränkt im Unterricht hören. Das ist immer möglich. Einige dieser CC-Lizenzen, sogenannte CCBY-Lizenzen, die darf man tatsächlich auch verändern mit verschiedenen Schneideprogrammen, können Sie sich da auch das Wichtigste herausnehmen und für Ihr Projekt nutzen. Man muss natürlich immer die Quelle angeben, das ist ganz wichtig. Aber die darf man nicht verwechseln mit sogenannten CCBYND-Lizenzen, da darf man das nicht. Hört sich alles ein bisschen kompliziert an, deswegen habe ich es nochmal in die Links gepackt, da können Sie sich nochmal informieren und dann sind Sie am Ende auf der sicheren Seite. Wenn Ihnen eine schriftliche Genehmigung des Herstellers sozusagen vorliegt, angenommen Ihr Kollege oder Ihre Kollegin, die nimmt selbst Hörbücher auf und sie bietet an, ja, gerne kannst du auch mein Hörbuch im Unterricht nutzen, dann dürfen Sie das natürlich auch tun. Gleiches gilt, wenn Sie irgendwo zum Beispiel Schüler arbeiten, veröffentlichen möchten. Sie brauchen immer die Genehmigung der Schüler natürlich, dass sowas dann auch am Ende gezeigt werden darf. Ja, wenn es eine Schullizenz gibt, das kann sein, dass Ihre Schule eine CD zum Beispiel gekauft hat, die eine Vorführlizenz aber mit beinhaltet, in der Regel ist die teurer als eine normale CD, dann dürfen Sie auch uneingeschränkt nutzen. Jetzt hat man den Eindruck, man darf eigentlich gar nichts, ja, und es ist ultra schwer, irgendetwas zu finden, was man abspielen darf im Unterricht, aber es kommt was sehr Interessantes jetzt, denn nach § 60a des Urheberrechts dürfen Sie Ausschnitte aus Audiodateien zeigen und das finde ich sehr interessant, denn es darf 15% einer Audioaufnahme darf uneingeschränkt im Unterricht präsentiert werden. Und wenn man mal so eine ganz normale Unterrichtssituation sich vorstellt, dann ist es ja auch nicht so, dass Sie ein 2-Stunden- oder 6-Stunden-Hörbuch komplett abspielen würden im Unterricht. Das entspricht nicht der Realität genauso, wie Sie kein Buch komplett im Unterricht von Schülern vorlesen lassen würden. Und dementsprechend, ich habe das mal ausgerechnet, das Hörbuch grabbert vollständige Lesung, das sind 190 Minuten und davon dürften Sie dann 28,5 Minuten ganz normal im Unterricht vorspielen. Und das reicht völlig aus, um einzelne Szenen herauszunehmen, die besonders spannend zum Beispiel vom Autor hier, Otfried Preußler, vorgetragen werden, wo sich die Schüler in diese spannende Situation hineinfühlen können. Und dann liest man aber weiter und das Unterrichtsgeschehen nimmt seinen Lauf. Also für Ausschnitte reicht das allemal. Wenn Sie natürlich eine Audioaufnahme selbst aufgenommen haben, dann dürfen Sie die natürlich auch immer nutzen. Ja, also das ist natürlich gar kein Problem. Bedenken Sie bitte, dass das Ganze auch für YouTube, Mediatheken und Streaming-Plattformen gilt. Nur weil Sie eine private Spotify-Lizenz haben, heißt das nicht, dass Sie automatisch alles, was bei Spotify gelistet ist, komplett im Unterricht so in der Länge auch zeigen dürfen. Ja, da gelten also auch diese 15 Prozent. Da muss man sich einfach kurz hinsetzen, ausrechnen. Und dann sind Sie immer auf der sicheren Seite, was das genau angeht und machen auch das Richtige. Auch interessant ist, wenn diese Audiodatei nicht länger als 5 Minuten ist, dann darf sie komplett auch gezeigt werden. Das gilt also für ziemlich viele Lieder. Die dürfen Sie dann direkt zeigen im Unterricht. Und kurze Podcasts. Also es gibt welche, die haben manchmal nur so 4-5 Minuten Länge. Die dürften Sie dann auch ganz normal im Unterricht einfach abspielen. Ich habe einfach mal so den Vergleich aufgezogen. Angenommen, wir möchten jetzt nicht ein Buch besprechen im Unterricht, sondern ich entscheide mich als Lehrperson, dieses Mal das Hörbuch als Grundlage zu legen. Das heißt nicht, dass ich jetzt hierfür plädiere, nichts mehr im Unterricht zu lesen. Ja, ich lese mindestens ein Werk pro Schuljahr, wenn nicht sogar zwei. Aber man kann sowas ja auch optional machen und sagen, wir haben jetzt schon ein Buch gelesen und jetzt im zweiten Halbjahr, da hören wir uns jetzt noch ein Hörbuch an. Und da kann man ja auch von den Schülerinnen und Schülern verlangen, sich dieses Hörbuch dann am Ende zu kaufen, wie sie auch ein gedrucktes Buch normalerweise kaufen würden. Ich habe einfach mal so ein bisschen die Kostenseite, die ist ja auch für Eltern und für Schüler immer interessant, mal so gegeneinander gestellt. Und bei Krabat ist es zum Beispiel so, dass die normale Ausgabe 8,95 Euro kostet, wenn man sie neu kauft. Das Original-Hörspiel zum Film, wenn man das als Grundlage nutzen wollte, würde 10 Euro als CD und 6,99 Euro als MP3-Download kosten. Da können also die Schülerinnen und Schüler sich das einfach aufs Handy ziehen. Das Hörbuch in gekürzter Lesung wäre 10,99 Euro, in vollständiger Lesung 11,99 Euro. Und es gibt aber auch viele weitere Möglichkeiten, wenn man im Streaming-Abo zum Beispiel ist, da gibt es noch günstigere Möglichkeiten. Also man kann durchaus verlangen, wenn man mal nur so die Kostenseite schaut, dass Schülerinnen und Schüler sich auch mal ein Hörbuch dann kaufen. Man muss immer nur so ein bisschen gucken. Ich würde vorher den Elternbrief schreiben, weil wenn man sich bei so einem Streaming-Anbieter anmelden muss, um diese Datei herunterzuladen, da müssen natürlich immer die Eltern mit an Bord genommen werden, bei kleineren Schülern. Bei älteren Schülern ist das kein Problem, da können sie das sowieso verlangen. Und sie umgehen einfach so diese Vorführung im Unterricht und können sagen, ihr hört euch das zu Hause an, Abschnitt von hier bis da. Sie können das vorher in Sequenzen einteilen, nach Minuten getaktet. Und dann können sie in der Stunde dann darauf verweisen und sich noch mal die eine oder andere Stelle vielleicht im Unterricht anhören, um darauf noch mal Bezug zu nehmen. Also genau so, wie man es mit einem Buch auch machen würde. Ja, mal einfach ein paar Beispiele, was man so im Unterricht nutzen kann und welche Podcast-Hörbücher und Hörspiele sich da besonders gut eignen. Allgemeine Podcast-Reihen für den Deutschunterricht sind zum Beispiel Kripsdeutsch, nennt sich das Ganze, oder auch Tweenscreen oder UYPod oder HR-Info Wissenswert. Das sind so ein paar Podcast-Reihen, sag ich mal, die, wo man sich die eine oder andere Folge dann herausnehmen kann und die in den Unterricht integrieren kann. Einfach mal schauen. Und die Links habe ich alle natürlich beigepackt. Besonders dieses UYPod ist ganz interessant, denn da werden verschiedene Berufe vorgestellt. Und das ist ja auch Teil des Deutschunterrichts, da Bewerbungen zu schreiben, Lebensläufe und so weiter. Und da stellen Schüler dann verschiedene Berufe vor, beziehungsweise so Praktikanten. Das kann auf jeden Fall eine interessante Podcast-Reihe für diese Schüler sein. Wenn man sich mal mit einem Thema genauer auseinandersetzt, ich habe das zum Beispiel mit dem Thema Sprache in der Oberstufe gemacht, da findet man wirklich interessante Podcasts, aber nicht eine ganze Reihe, sondern einzelne Folgen, die dann relevant für das Thema sind. Das heißt, wenn man also im Deutschunterricht ein Thema hat, gibt man das einfach mal in die ARD-Audiothek einfach mal ein und dann bekommt man da viele Informationen und dann hören sie sich mal so ein bisschen quer alles an und entscheiden dann, welcher Podcast da zum Beispiel passt. Es gibt zum Beispiel Interessante zur Genderlinguistik, da habe ich auch mal was verlinkt. Und ich habe das dann so gemacht, wir haben natürlich auch Sachtexte über Genderlinguistik gelesen, aber die eine oder andere Hausaufgabe war es dann auch mal, diesen Podcast sich anzuhören. Das war ein Interview, ein Radiobeitrag und in der nächsten Stunde habe ich dann darauf referiert und man musste sich halt wirklich gute Notizen machen, damit man dazu auch noch Details dann wiedergeben konnte. Bei Hörbüchern, da kann man überlegen, was bietet sich am besten an? Soll es jetzt nur eine Ergänzung sein zur Lektüre? Das heißt, alle Schülerinnen und Schüler besitzen das Buch, lesen das und nur im Unterricht arbeite ich an der einen oder anderen Stelle mit dem Hörbuch, dann müssen nur sie als Lehrerin, als Lehrer sich das kaufen und können da diese 15% ausnutzen. Oder sagt man, das Hörbuch ist ein eigenständiges Werk, ich möchte, dass ihr euch nur das Hörbuch anhört, keinen Text vor Augen habt und dann arbeiten wir im Unterricht damit. Das sind zwei unterschiedliche Ideen und dazu werde ich auch gleich mal was sagen, was man dann beachten muss, wenn man das Hörbuch als eigenständiges Werk im Unterricht dann betrachtet. Da kann man grundsätzlich die gleichen Texte nehmen, die man auch als Buchtexte verwenden würde. Krabat zum Beispiel, Klasse 6 oder 7. Rico, Oskar und die Tiefer Schatten, Klasse 5 zum Beispiel. Die Wolke habe ich immer in Klasse 7 oder auch Klasse 8 gemacht. Herr Wiedermann und die Brandstifter, Klasse 9 oder 10. Ich denke, diese Werke eignen sich da gut, auch als Hörbuch. Hörspiele, die eignen sich auf jeden Fall, wenn man sie als primäres Werk dann im Unterricht auch nutzen möchte. Denn die Buchvorlage, wenn es denn eine gibt, weicht definitiv davon ab. Das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn, das Buch zu lesen und das Hörspiel auch noch zu hören. Das würde ich so nicht empfehlen. Es gibt dann tolle Beispiele, wie zum Beispiel Tabo. Da werde ich gleich noch ein paar Ideen auch zu geben. Für Klasse 5, vielleicht auch noch Klasse 6. Dann auch weitere Ideen, Klasse 7 und 8, das Schiff Esperanza vielleicht. Oder Terror von Schirach. Sie kennen das. Auch das gibt es als Hörspiel. Und das eignet sich besonders für Klasse 9, 10, 11. Und da geht es natürlich dann um diese Reden, die vor Gericht geführt werden. Und da muss man richtig gut zuhören, um die einzelnen Argumente herauszuhören. Und das kann man dann auch thematisch im Unterricht dann bearbeiten. Als ich dann mal so Höreimpulse im Unterricht gegeben habe und damit angefangen habe, zum Beispiel mal eine Hörspielszene oder auch einen Teil des Buches vom Hörbuch quasi abzuspielen, da waren ganz unterschiedliche Reaktionen von den Schülerinnen und Schülern zu hören. Die einen haben gesagt, ich konnte mich sehr gut in die Gefühlslage der Person hineindenken. Es war sehr spannend erzählt. Aber die anderen haben auch gesagt, ich konnte mich überhaupt gar nicht konzentrieren. Und ich habe auch gar nicht verstanden, worum es geht. Und dann habe ich mich gefragt, so ja, wie kann das sein? Wir haben es ja gerade erst gehört. Wie kann es sein, dass jetzt Verständnisfragen nicht beantwortet werden können? Und dann ist mir wieder eingefallen, als ich begonnen habe, wieder zu hören, sage ich mal so. Natürlich wurde mir als Kind auch viel vorgelesen und ich habe auch Hörspiele gehört. Aber dann habe ich eine ganze Zeit lang dieses Medium gar nicht mehr so wahrgenommen und habe es gar nicht benutzt, sage ich mal so. Bis ich irgendwann auf die Idee gekommen bin, ja, ich könnte mal wieder Hörbücher hören. Und am Anfang ist es mir unheimlich schwer gefallen, mich darauf zu konzentrieren. Ich bin dann eingeschlafen oder so ein bisschen weggedöst oder gedanklich ein bisschen abgetrifftet. Je nachdem, wenn die Stimme auch so ein bisschen monoton war oder so. Und dann ist mir aufgefallen, wir müssen das eigentlich trainieren. Ich kann nicht einfach hier mit einer Höraufnahme um die Ecke kommen und die Schüler oder manche Schüler damit überfordern, die das nicht mehr gewöhnt sind. Wir müssen das eigentlich explizit trainieren. Und da ist mir nochmal das Modell der Schriftlichkeit und Mündlichkeit nach Koch Österreicher in den Kopf gekommen. Ja, in der Uni haben wir das damals besprochen. Und ich versuche das mal gerade, weil ich sehe das ja gerade vor mir, ich versuche das mal für Sie sprachlich zu visualisieren, wenn Sie das nicht mehr so ganz im Kopf haben. Es gibt vier unterschiedliche Dimensionen in diesem Modell. Einerseits gibt es die Konzeption, also der gedankliche Aufbau eines Redebeitrags, der kann mündlich sein oder schriftlich. Und es gibt das Medium, also wie es wirklich umgesetzt wird. Und das kann phonisch oder grafisch sein. Bedeutet zum Beispiel, ein persönliches Gespräch ist vom Medium her phonisch. Ich kann es hören, ich kann es wahrnehmen. Es wird gesprochen. Und von der Konzeption, also vom Gedanken her, ist es auch mündlich. Während dann zum Beispiel die Schullektüre im äußersten gegenüberliegenden Rand sozusagen ist, die ist nämlich ganz klar bezogen auf das Medium grafisch. Es ist ein geschriebener Text, den wir lesen müssen. Aber auch von der Konzeption her ist es ein schriftlicher Gedanke, der dort aufgeführt wird. Interessant wird es jetzt, wenn man sich mal in diese Bereiche anschaut, die zwar zum Beispiel bezogen auf das Medium phonisch sind, aber von der Konzeption her schriftlich sind. oder beziehungsweise von der Konzeption her mündlich sind und bezogen auf das Medium grafisch sind. Denn es wird immer mehr über Text, über Messenger geschrieben, ja. Und dementsprechend schreiben die Schüler zwar, aber es ist keine besonders hohe Sprache, sage ich mal so. Es ist eigentlich wie ein persönliches Gespräch, nur schriftlich. Deswegen kann man da ganz klar sagen, das ist grafisch, das Medium, aber von der Konzeption her definitiv mündlich. Und alle diese Dinge, die ich gerade genannt habe, sind den Schülern grundsätzlich bekannt. Persönliche Gespräche, Schreiben über Messenger, die Schullektüre, der Schulaufsatz, ja. Das ist alles bekannt. Aber schauen wir uns jetzt mal so diese untere Ecke an, nämlich dieses Konzeption schriftlich und Medium, aber phonisch. Und da sehe ich nämlich das Hörbuch oder auch der Podcast und das Hörspiel. Es ist also ein geschriebener Text, der vorgetragen wird von professionellen Sprechern, aber es hat hier den Anschein eines Buches. Und dementsprechend ist das eine Kategorie, da fällt es den Schülerinnen und Schülern sehr schwer zu folgen, das sind sie nicht gewohnt. Ich denke mal, das Äußerste, was sie gewohnt sind, ist eher so ein Unterrichtsgespräch. Aber da ist der große Unterschied, der Lehrer, die Lehrerin geht auf den Schüler oder die Schülerin ein. Man kann auch mal Rückfragen stellen und man kennt die Leute, die um einen herum sind. Man sieht diejenigen auch. Also audiovisuelle Darstellung ist es am Ende eigentlich. Und da bin ich auf den Gedanken gekommen, ja, das kennen die Schülerinnen und Schüler nicht. Das muss definitiv trainiert werden. Und ja, man muss wieder da anknüpfen, wo die Schülerinnen und Schüler aufgehört haben. Wahrscheinlich hat irgendwann dieses abendliche Vorlesen bei vielen aufgehört oder vielleicht auch nicht stattgefunden. Und da muss man eigentlich hinkommen, dass man wieder trainiert, zuzuhören, auch wenn es monologisches Sprechen am Ende ist. Das ist natürlich nicht ohne Grund der Gedanke, dass man das trainieren sollte, denn es bereitet auf Vorträge vor, auf Vorlesungen in der Zukunft. Wenn man mal so an die Uni denkt oder an den Job, da werden solche monologischen Gesprächsformen wichtiger. Und dementsprechend muss man trainieren, denen auch zuzuhören. Das Ganze ist natürlich auch in den Bildungsstandards, im Fach Deutsch auch verankert. Ich habe jetzt hier einfach mal den Wortlaut aus den Bildungsstandards Deutsch fürs Abitur herausgenommen, denn da müssen unsere Schüler ja grundsätzlich mal irgendwann hinkommen, also vom Ende her denken. Da steht ganz klar, den Verlauf fachlich anspruchsvoller, monologischer und dialogischer Gesprächsformen konzentriert verfolgen, um Argumentationen und Intentionen der Gesprächspartner wiederzugeben beziehungsweise zusammenzufassen, sowie ihr Verständnis durch Mitschriften und Notizen zu sichern. Und da ist ganz klar mit gemeint, wir sollten mehr Podcasts hören, wir sollten mehr Hörbüchern lauschen, denn sonst ist es wirklich sehr schwer, solche monologischen Gesprächsformen sonst irgendwo zu folgen. Und wenn man auch mal genauer betrachtet, das, was ich eben schon gesagt habe, dass es da eine große Problematik gibt, dass viele Schülerinnen und Schüler das noch nicht können, das liegt auch daran, dass es zwischen dem Hörverstehen und dem Leseverstehen zwar viele Gemeinsamkeiten gibt, aber auch einige Unterschiede und die werde ich noch mal kurz erläutern, damit es noch mal eindringlicher sozusagen wird. Grundsätzlich sind Hörverstehen und Leseverstehen rezeptive Kompetenzen. Das heißt, wir nehmen etwas auf und dann laufen automatisch diese Wissens- und datengesteuerten Prozesse ab. Die habe ich ja schon in den anderen Podcasten Folgen häufiger erläutert. Also wir nehmen Daten auf, die tragen wir an unser Gehirn heran und dadurch, dass wir verschiedenes Kontextwissen, Situationswissen und auch Weltwissen haben, können wir das wiederum an die Daten herantragen und so verstehen wir einfach. Und da ist es erstmal egal, ob das gehört oder gelesen wird. Wir verstehen auf diese Art und Weise. Wir müssen immer auf verschiedenen Ebenen verstehen, sei es Grammatik, Wortschatz, Text und so weiter. Und für die Schule, für den Unterricht, bedeutet das in aller Regel, ob jetzt Hörverstehen oder Leseverstehen, dass so ein didaktischer Dreischritt angemessen ist. Dass man also die Schülerinnen und Schüler immer aktiviert. Dann erfolgen verschiedene Verstehensdurchgänge und dann gibt es in der Regel noch eine Anschlussphase. Und das ist beim Hörverstehen auch so. Und da muss man sich auch darauf einrichten, dass nicht beim ersten Hörvorgang alles verstanden wird, auch wenn es muttersprachlicher Unterricht ist. Auch da kann es sein, dass man mal zwei oder sogar drei Hördurchgänge machen muss, bis wirklich jedes Detail verstanden wurde. Die Unterschiede zum Leseverstehen, die sind da doch ganz klar nochmal aufzuzählen. Einerseits ist es so, dass wir hier ganz unterschiedliche Sinneskanäle ansprechen. Während wir normalerweise mit den Augen diese Grapheme wahrnehmen und dann dekodieren können und lesen können, das sind wir gewohnt, das machen wir als Schülerinnen und Schüler, als Lehrer und Lehrerinnen den ganzen Tag, das ist trainiert, müssen wir jetzt auf unsere Ohren uns verlassen und einzelne Phoneme wahrnehmen. Was wir häufig im Unterricht machen, ist eigentlich eine Mischung aus Hören und Sehen, also sogenannte audiovisuelle Darstellung. Aber das ist jetzt hier beim Hörbuch und beim Podcast Hörspiel nicht der Fall. Wir sehen in dem Fall wahrscheinlich nichts. Wir schließen die Augen vielleicht, um uns zu konzentrieren und wir müssen wirklich mal uns nur auf unsere Ohren verlassen. Das Gehörte ist dabei immer flüchtig, das heißt, es ist nur eine Momentaufnahme und wenn wir jetzt hier zum Beispiel im Podcast sie nicht gerade zurückspulen können, das ist hier möglich, ist sie eigentlich irreversibel. Das, was ich gerade sage, das kann ich eigentlich nicht mehr zurückholen und muss damit leben. Hier habe ich natürlich die Möglichkeit, es zu löschen, aber wenn wir normalerweise im Gespräch miteinander sprechen, kann ich das nicht mehr zurücknehmen. Und das ist auch ein großer Unterschied beim Hörverstehen. Das Verstehen erfolgt also immer linear und wichtig ist auch, dass der Hörer sich dem Sprecher immer anpassen muss. Das heißt, wenn der Sprecher zum Beispiel einen Akzent hat oder sehr schnell spricht, dann muss man sich so ein bisschen drauf einlassen und die Stimme erst mal so testen. Das kann im Unterricht auch sehr hilfreich sein, dass man schon mal so eine Hörprobe gibt. So wird sich das gleich anhören und dann kann der Schüler, die Schülerin sich da schon mal so ein bisschen drauf einlassen. Stimme ist auch immer ein emotionales Medium. Im Gegensatz zum Text, der einfach so da steht und ich mache mir meine eigenen Gedanken zu, kann der Sprecher, die Sprecherin, mir so ein paar Hinweise geben, ob das jetzt positiv oder negativ gemeint ist. Das muss man auf jeden Fall auch immer wieder beachten. Und da merkt man jetzt schon bei diesen ganzen Unterschieden, dass es doch wert ist, auch im muttersprachlichen Unterricht, das Hörverstehen doch mal explizit zu trainieren und das Ganze noch mal aufzugreifen. Das Ganze unterstützt auch das sogenannte Modell der auditiven Sprachverarbeitung nach Storsch von 1999. Da wird auch noch mal ganz klar gezeigt, es gibt einen Redefluss, das heißt, ich spreche hier und spreche und spreche und was Sie gerade machen, ist dekodieren. Sie überlegen also, wie ist mein bisheriges Basiswissen zum Thema Hörverstehen und in der Regel, Sie als geübte Hörer versuchen dann, neue Informationen herauszukristallisieren und sich die zu behalten. Gleichzeitig antizipieren Sie aber auch schon und überlegen, was könnte denn gleich kommen, was macht Sinn und das entlastet so ein bisschen Ihr Gehirn und Sie können dem Text dann besser folgen, weil Sie schon eine Idee haben, was gleich kommen wird. So funktioniert grundsätzlich die Sprachverarbeitung und das ist Hintergrundwissen, das man auch noch mal haben sollte, wenn man dann Hörverstehen unterrichtet. Ja, wie macht man das jetzt? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel das Hören genug vorbereiten oder dann auch verschiedene Abfrageformen, was man so nach dem Hören alles machen kann. Und das Ganze möchte ich jetzt mal im Folgenden an dem wirklich tollen Beispiel TABO von Kirsten Boje veranschaulichen. Ein ganz tolles Hörspiel, das für die fünfte und sechste Klasse geeignet ist. TABO ist ein, wie er sich selbst nennt, ein Detektiv und ein Gentleman und er ermittelt hier im Nashorn-Fall. Es ist eine Serie, es gibt also noch mehr Fälle, in denen er ermittelt und das Nashorn stirbt in einem Safari-Park in Afrika und TABO, der ja schon gerne Detektiv werden möchte, versucht jetzt herauszufinden, wer dieses Nashorn umgebracht hat. Und da kommen verschiedene Leute in Erwägung. Ist es vielleicht der Tourist, der plötzlich aufgetaucht ist und Fragen stellt oder so eine Gruppe von Männern, die ihm irgendwie unheimlich vorkommen oder ist es tatsächlich sein eigener Onkel. Und da begleiten wir dann TABO, wie er diesen Fall löst. Und das Interessante daran ist, dass der Sprecher von TABO der Gewinner des bundesweiten Vorlesewettbewerbs war. Und das ist vielleicht für Schüler auch motivierend, gerade so in Klasse 5 und 6, wenn man sich ja auch darauf vorbereitet, dann einfach mal auch zu sehen, dass hier ist ein Schüler wie du und ich, der aber einfach richtig gut vorlesen kann. Und das kann ja vielleicht auch mal so eine Motivation sein. Das Ganze ist 49 Minuten lang, kostet 8 Euro. Aber immer wieder wird das auch mal in der ARD-Audiothek kostenlos angeboten. Da muss man einfach mal ein bisschen reinschauen und dann könnte man sowas auch kostenlos für den Schülern hören lassen zu Hause. Das wäre so eine Option. Ja, wenn man jetzt dieses Hören vorbereiten möchte, ist es am besten, wie auch bei einem Einstieg in den Lesetext, so eine Art Hörintention zu schaffen. Das kann zum Beispiel sein, dass man mal das Cover von TABO zeigt. Das ist sehr prägnant, das ist schön gestaltet. Und man sieht TABO, der auf einem lebenden Nashorn sitzt. Und man sieht im Hintergrund auch so diese typische afrikanische Landschaft, wie man sich das ein bisschen stereotypisch vorstellt. Und da können die Schülerinnen und Schüler Assoziationen aufbauen, einfach mal beschreiben. Und dann kommt man so ein bisschen in diese Welt hinein und weiß zumindest schon mal, wo das Ganze spielt, wer da mitspielt. Und dann entlastet das einfach dann den Höreinstieg dann insbesondere. Was man auch machen kann, Sie als Lehrer, als Lehrerin kennen ja dann schon das Hörspiel und wissen, welche Themen drin vorkommen. Detektivspielen zum Beispiel, Rätsel lösen, Leben im südöstlichen Afrika, Tierschutz, Wilderei. Und sowas kann man ja auch schon mal vorentlasten, indem man zum Beispiel mal eine Lokalisierung vornimmt, wo wohnt TABO überhaupt, sich ein Länderprofil anschaut oder auch mal einen Infotext vorher liest zu Wilderei. Was ist das eigentlich? Und so kann man Schritt für Schritt auch dieses Hören wieder entlasten, weil man bestimmte Dinge einfach schon einordnen kann als Schülerin und als Schüler. Was auch hier ganz nett gestaltet wurde, ist ein Trailer, den habe ich Ihnen auch verlinkt. Ein Buchtrailer, kannte ich bis dato auch noch nicht. Es ist also ein Video, das das Buch bewirbt, aber gleichzeitig auch für das Hörspiel geeignet ist. Und den kann man auch im Unterricht einsetzen. Die Grafiken sind sehr schön gestaltet, die könnte man auch im Unterricht einsetzen, an der einen oder anderen Stelle oder so als Motivation. Vorab könnte man das auch zeigen und damit auf das Hörspiel dann vorbereiten. Was sich auch sehr gut eignet, sind Zitate. TABO benutzt einige Begriffe, einige Wendungen, die auch mal von Schülerinnen und Schülern auseinandergenommen werden können. Zum Beispiel bezeichnet er sich selbst als Detektiv und Gentleman. Und da kann man ja mal fragen, was bedeutet das eigentlich? Was macht denn ein Detektiv aus? Und was macht ein Gentleman aus? Tatsächlich wird das auch in diesem Trailer beantwortet, daher sollte man das vorher vielleicht abfragen. Und dann kann man TABO schon mal vorab so ein bisschen besser kennenlernen. Verstehensfragen, am besten im geschlossenen Aufgabenformat, eignen sich sehr gut, um das Verstehen zu entlasten, um Verstehen zu überprüfen. Und wenn das schon mal abgeschlossen ist, dann kann man erst mal weiter in die Analyse und Interpretation des Ganzen gehen. Aber dieses erste Verstehen, das muss definitiv gesichert werden. Und da ist es natürlich sinnvoll, das Hörspiel in einzelne Sequenzen vorher abzuteilen und zu sagen, von Minute hier und da bis da und da ist Sequenz 1. Das können Sie entweder selbst machen, aber es gibt mittlerweile auch sehr viel Begleitmaterial zu Hörbüchern und Hörspielen. Und da wird das dann schon mitgeliefert in so einem Begleitheft sozusagen. Da habe ich Ihnen auch schon einen Link auf die Seite gestellt zu TABO. Da gibt es ganz tolle Materialien zu. Und dann kann man dann zum Beispiel Ja-Nein-Fragen formulieren, War-Falsch oder auch verschiedene Lückentexte, die dann ausgefüllt werden müssen. My-Table-Choice-Aufgaben, Zuordnungsaufgaben. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Da kann man sagen, will ich das vorher den Schülern schon zur Verfügung stellen? Oder möchte ich, dass es später erst den Schülern zur Verfügung gestellt wird? Und beides hat seine Berechtigung. Sie können einerseits sagen, ich möchte jetzt dieses globale Hören fördern. Die Schülerinnen und Schüler sollen erst mal komplett zuhören und dann die Aufgabe lösen. Oder ich möchte selektives Hören fördern. Und dann bekommen die die Aufgaben schon vorher und konzentrieren sich auf die Antwort dieser Aufgaben. Und das kann aber sein, dass so ein paar andere Details vielleicht dann verschwinden. Da muss man einfach gucken, was in dieser Situation am besten ist. Und in dem Material, das ich verlinkt habe, da gibt es zum Beispiel tolle Sachen, wie ein Arbeitsblatt zum Beispiel zu den Namen. Denn da kommen ganz schön viele Namen vor, die man sich vielleicht auch nicht so gut merken kann. Und dementsprechend gibt es so einen Lückentext. Und da muss man sagen, ich, Tabo, lebe bei meinem Onkel. Da muss man gut zuhören und hören, wie der Onkel denn heißt und wie der beste Freund von Tabo auch heißt. Und diese Namen dann da eintragen. Oder da gibt es so ein Arbeitsblatt, da wird so eine Art Domino gespielt. Da steht dann zum Beispiel, Mr. Winterbottom wollte auch das Löwengebrüll. Und dann muss man gucken. Und dann muss man das mit einem Satz verbinden, der Sinn ergibt. Und dann kommt man automatisch auf den nächsten Dominostein sozusagen. Es gibt auch so eine Zeitleiste, denn es geht ja um ein Verbrechen. Und das hat natürlich auch eine Zeit, eine Tatzeit. Und da muss man mal genau rekonstruieren, was ist am Tag zuvor passiert, was ist in der Nacht passiert, was ist am Sonnenaufgang passiert. Das heißt, man muss richtig gut zuhören. Und dann kann man die einzelnen Handlungsschritte dann hier auf diesem Arbeitsblatt eintragen. Generell, so habe ich das mit meiner sechsten Klasse damals gemacht, dann empfiehlt sich auf jeden Fall eine Anfertigung von Notizen oder Skizzen während des Hörvorgangs, weil sonst wissen viele einfach nicht mehr, was da passiert ist. Ich habe dann so eine Tabelle erstellt und habe erst mal die Sequenz abgefragt. Es ist jetzt Sequenz 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Wer handelt in dieser Sequenz? Zum Beispiel war es hier in Sequenz 5, Tabe und sein Onkel. Wo findet das Ganze statt? In der Polizeistation. Wann vormittags? Und was? Und dann sie sprechen über das verstorbene Nashorn. Welche Folgen hat das? Der Onkel vermutet, dass es Wilderer waren. Und so kann man mit kurzen Stichpunkten schon erreichen, dass die Schülerinnen und Schüler zumindest so einen groben Überblick am Ende behalten, ohne dann den genauen Wortlaut nochmal wiedergeben zu müssen. Aber sie wissen, was ungefähr passiert ist. Ja, das war Tabo. Und die Frage ist natürlich, welche eignen sich auch noch gut? Welche anderen Hörbücher? Für die etwas Älteren, und das ist ja schon im letzten Podcast, wenn Sie den gehört haben, zu Im Westen nichts Neues, zu Wort gekommen. Das ist wirklich auch ein tolles Hörbuch, das ich sehr gut empfehlen kann. Da eignet sich das zum Beispiel im Unterricht sehr gut an, dass man einzelne Textstellen nochmal vorlesen lässt, sozusagen. Also die Schülerinnen und Schüler kennen die Textstelle grundsätzlich schon. Und im Unterricht spiele ich die dann nochmal ab. Ich habe das beispielsweise bei einer Szene gemacht, wo der Krieg anschaulich dargestellt wird, diese Situation in den Gräben, wie es dem einzelnen Soldaten im Ersten Weltkrieg ergeht. und da ist einfach, ja, da entsteht einfach so eine akustische Wirkung und da kann man wirklich gut eine Stunde dann mit beginnen. Das wäre zum Beispiel, das kann man auch nochmal nachlesen, auch das habe ich, glaube ich, in meinem Westen nichts Neues in dem Podcast auch gesagt, da gibt es dann im Buch, das im Kiwi Verlag erschienen ist, auf Seite 58 bis 66, wirklich eine prägnante Textstelle. Und das entspricht dann der Hörbuchstelle der vollständigen Lesung von August Diehl, dem Kapitel 20. Und so muss man einfach immer ein bisschen suchen und ein bisschen hören und die Textstellen auch ein bisschen, ja, einfach herausfinden, um dann diese Wirkung im Unterricht dann zu erzielen. Das ganze Hörbuch ist über sechs Stunden lang, das heißt, es eignet sich natürlich überhaupt nicht, komplett im Unterricht zu hören. Aber Sie als Lehrerin und als Lehrer können das dann an gezielten Stellen einfach einsetzen. Eben hatte ich ja auch schon mal gesagt, Thema Sprache. Da gibt es verschiedene Podcasts, die sich anbieten, die man gut nutzen kann. In der ARD Audiothek gibt es da eine ganze Sammlung sogar zum Thema Sprache, auch die habe ich verlinkt. Da geht es dann zum Beispiel von Themen wie deutsche Sprache, schwere Sprache oder bedrohte Sprache. Ja, also Sprachwandel wird da thematisiert. Dauert dann 23 Minuten lang, ist eine Reportage vom MDR aktuell, die als Podcast dann zur Verfügung gestellt wurde. Oder wenn Computer unsere Sprache sprechen, Vortrag des Sprachforschers Henning Lobin. Dauert 54 Minuten lang, ist natürlich ein bisschen was für Fortgeschrittene dann. Genau wie neue Technologien und Übersetzung stirbt die Fremdsprache aus. Ein Experteninterview auch. Oder was Kleines für zwischendurch, nur acht Minuten lang. Wie verändert Corona unsere Sprache? Und die habe ich dann einfach zwischendurch als Hausaufgabe eingesetzt, teilweise auch arbeitsteilig. Und dann haben wir das als Grundlage genutzt, um in der darauffolgenden Stunde dann über diese verschiedenen Hörbeiträge ins Gespräch zu kommen, so wie wir normalerweise über einen Sachtext sprechen würden. Ja, das Thema gibt unheimlich viel her. Es ist ein sehr spannendes und interessantes Thema. Daher werde ich in der nächsten Folge auch mit Hörspielen, Hörbüchern und Podcasts weitergehen. Denn eine Sache haben wir jetzt hier komplett außer Acht gelassen, auch aufgrund der Zeit. Denn der Fokus muss auch nochmal auf die Produktion von solchen Audios gesetzt werden. Denn man kann das auch als alternative Lernleistung vielleicht in den Unterricht integrieren, als Projekt, als Idee einfach für den Unterricht. Das kann man auch bewerten. Auch da habe ich ein paar Ideen. Und ganz wichtig, die Technik wird auch in der nächsten Folge in den Fokus genommen. Das gibt ja immer so ein paar Hürden, die man überwinden muss. Und da werde ich ganz viele Tipps geben. Wenn Sie mir ein Feedback geben möchten oder Ideen, Wünsche haben, welche Themen demnächst vielleicht auch im Podcast vorkommen sollen, schreiben Sie mir gerne. Entweder über den Feedback-Button auf podcast.schule. Dort ist unter Westermann Freistunde. Schauen Sie sich dann mein Foto an und direkt unter dem Foto, da gibt es Feedback zum Podcast. Da können Sie draufklicken. Das wird dann an mich weitergeleitet. Oder Sie folgen mir bei Instagram und können mir einfach da eine Nachricht schreiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018